hallo und herzlich willkommen zurück zu overwatch auf kings row reaper im attack wow gegner haben okay sind direkt wieder nachgejoint aber ist ein vorteil für uns die sind noch nicht da konnte ich noch nicht ein ding zu bumsen so schauen wir mal was ich mit rieper reisse manchmal bin ich gut mit ihm manchmal nicht keine ahnung wie es heute geht ploppt jeder mal was auf so gut hi so jetzt nichts vielleicht gleich mich darüber hier bin ich ich habe noch keinen schaden gemacht nichts ich habe noch kein gegner richtig gesehen ich habe schaden gemacht nice und kommen die bleiben einfach auf dem punkt mein gott das läuft ja richtig gut na ach verdammt ja mit der hand so habe ich so stirb auch immer das ist ok cool ich versuche es mal hier lang ich habe mich gesehen verdammt hat leider nicht so funktioniert aber mercy musste weg ja was gibt es nichts dazu erzählen zum beispiel einfach mal erzählen wie ich früher ich noch jung war ich zum zocken eigentlich gar aber wie alt war ich da keine ahnung so mit fünf glaube ich oder so hatten wir zuerst ein nest ich glaube ich irgendwie ausgeliehen hey das war zwar schon ziemlich alt wann war das boah ich glaube so 95 oder sowas dann haben wir ein geiler super nintendo bekommen mit also am meisten gezockt habe ich eigentlich äh zelda legend of zelda link to the past natürlich was denn sonst äh so triple kill und verdammt ähm und ähm ja und super mario kart natürlich weil super kill super duper fliegt doch runter ich habe es geliebt ich habe es so geliebt aber ich hatte ja damals nichts anders oh mein gott ja damit habe ich angefangen jetzt mal nintendo zu lieben weil super nintendo war wow es war so für mich wow oh dann auch später die super mario allstars und ulti rippo ich habe noch wow wow dann äh und ich wollte immer wirklich immer Nintendo 64 haben aber ich habe ihn nie bekommen das hat mich ein bisschen ich wollte ihn die ganze zeit auch als playstation 2 rauskam ich wollte unbedingt immer äh Nintendo 64 ein freund von mir hatte den und das war einfach wow die grafik alles so 3D man das konnte ich mir damals nicht mal richtig vorstellen verdammt komm 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 nice shot passt ulti gott schon steck mich hier okay gott und dann war das so 2000 oder so wann kam die playstation 2 raus habe ich die playstation 2 bekommen und wow einfach cool wow ich habe zwar ich wollte sowas von unbedingt verdammt wirklich verdammt verdammt ich habe sogar gemeint dass ich klassische 2 bekommen habe auch wenn das eigentlich die generation später war ich wollte sowas von unbedingt nintendo 64 haben wegen super mario und von der pokemon stadium es war so gut ich wollte es einfach haben einfach nur haben weil ich das wow ich bin bad ich bin niemand kann auf meiner Seite sterb oh mein god es ist tot es ist tot es ist tot wuh ich kann auch nicht alles wow ich habe nicht mal also es sterben die ganze zeit nur leute alter war das ein team hier äh res die mercy ist gut dann habe ich aber die playstation auch lieben gelernt vor allem 3d wow oh heal geh mal da rüber mich niemand gesehen nice oh jemand hat mich gesehen ja so kam ich eigentlich zum zocken vors das hat mich die mercy ist gut die gegner mercy Alter! Kannst du da? Huch! Verdammt! Wie der mich warm hättet, das kam ich nicht klar damit. Das war nicht ein großer Sprung. Ja, und so bin ich dazu gekommen. Zu dem hab ich auch viel gezackt. Verdammt! Ich wollte... Zu offensiv, glaube ich. Oh mein Gott! My ultimate is almost ready! Nice! No one can hide from my sight. Repositioning. Wohooo! Super Ulti gemacht! Verdammt! Ja, ich bin alt. Ich bin mit dem Super Nintendo aufgewachsen und bin stolz drauf. Ich weiß nicht, dass es Nintendo 64 war. Dann später wollte ich auch unbedingt immer den Gamecube haben, als er dann rauskam. Ich hab ihn dann mal später gebraucht gekauft. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nice! Nice! Ich bin nervös! Oh mein Gott! Verdammt! Ich hab ihn mal den Gebrauch gekauft. Ich hatte... wirklich noch nie... Tendo 64. Ich hab immer bei einem Kumpel gezockt. Ich bin auch nur wegen dem zu ihm gekommen. Ein bisschen assi! Aber ja... Was hab ich schon ausgespielt? Zelda, Ocarina of Time. Pokémon Stadium hat... Ja, das glaub ich, dass die... extrem gute Möse war. Was hatte er noch? Er war nur im 4-Rest. Kein Fall-Rest. Ähm... Was hat er noch? Ja, halt. Super Smash Bros. So. Äh... Ah. Schöne Zeit. Und ja. Genau, den Gameboy hatte ich natürlich auch. Ich hatte Pokémon Rot. Das ist ziemlich, was rauskam, glaub ich. Dann hatte es so 99 oder sowas. Ich konnte kein Wort lesen. Und ich hab's durchgezockt. Ich bin stolz drauf. Aber gut. Gehen gleich weiter. In der nächsten Runde. So. Weiter geht's. Ich hab schon wieder vergessen, wo ich war. Kann zocken. Früher. Übrigens. Äh. Ich hab's komplett vergessen. Tobella. Ja, früher. Zocken war... Das war mein Leben, wirklich. Ich hab... Ja, ich war ja bei... Pokimans, ne? Oh mein Gott. Und... Steppt. Steppt. Nice! Alles tot. Seh' nichts. das nachladen und halt ja pokémon kann sich durchzocken ohne auch nur ein einziges wort lesen zu können bin ich auch ein bisschen stolz drauf wirklich stolz drauf alter man eben gerade ist ja voll gut get a fucking punk ja pokimans von soupy-doupy soupy-doupa oh mein gott ich bin gerade voll gut ich habe keine ahnung wie ich das schaffe aber ich bin gerade voll gut mit verdammt ich habe keine ahnung wie ich das mache aber ich bin gut so valtschknopf dann ja gut gott schon Wow Ich bin gerade ein bisschen konzentriert Ich bin auch gerade gut Ich habe es gesehen Ich bin gerade ein bisschen Verdammt! Ah! Verdammt! Verdammt! Das war nicht sehr gut. Verdammt! Verdammt! Kann schon! Kann schon! Warum stirbst du einfach? Dump! Hier ist noch aus angegangen, gut. Also ich habe übrigens, was Pokémon angeht, übrigens Let's Play auch hier. Ich habe bis jetzt jede Generation, wenn sie so einmal gespielt. Ich habe stolzhaft, außer, außer aus. Einzig, was ich nicht gezockt habe, ist schwarz-weiss die zweite. Schwarz-weiss die zweite. Ich kann es fühlen. Sonst habe ich da ziemlich... wirklich alles. Jedes einzelne... Komm schon! Komm schon! Komm schon! Oh mein Gott! Komm schon! Komm schon! Ah! Verdammt! Ah! Ich mache da einen Kill nach dem anderen! Was ist los hier? Nice! Verdammt! Ich muss weg hier! Ja, da hat die Diva gute Hulte gemacht! Huh! Gefällt mir! Jetzt kannst du knicken. Ah! Ah! Verdammt! Es wird nichts! Ah! Verdammt! Was macht ihr da vorne? Was macht ihr da vorne? Oh! Oh! Kräftige Köpfe hatten nie gemeinsam! Niemand kann von meiner Seite schlafen. Das war auffällig Elbensweep, ich bin jetzt gerade ein bisschen konzentriert, tut mir leid glaub ich nicht, die Geschichte hab ich glaub ich fertig erzählt also Geht drauf Ah, das war nicht so intelligent Oh mein Gott, ich sterbe gleich Oh mein Gott Oh mein Gott, ich bin voll drin Geht auf den Punkt Was gibt's sonst noch so Er hat sonst eigentlich Konsolenkind Aber seit dem Jahr 2 auch Bisschen viel PC Also Computer Zockt Aber eigentlich die ganze Kindheit war Nintendo oder Playstation Und der Herr Keine Ahnung Da war ein Hatcher drin Kommt schon Kommt schon Kommt schon Kommt schon Warum auch immer die mich gehackt hat Ich hab keine Ahnung Ich hab keine Ahnung Eine Widow-Hacken bringt ziemlich gar nichts Kommt schon Ups Verdammt, da bin ich wieder runtergefallen Kommt schon Traci, Traci Traci, Traci Bin weg Ihr geht zu weit vor Fucking Tracer Wenn wir das verlieren Wenn wir das verlieren Wegen den Tracer Wow Verdammt Da hab ich nicht gesehen Alter geht nicht so weit nach vorne Wir müssen natürlich ein Drittel machen Die können das so einfach jetzt holen Die können das so einfach jetzt holen Scheiße den Hamt Was habt ihr davon Was habt ihr davon Aber ich hab gut gewidaut Gefällt mir Ich hoffe es hat sich gefallen Liked mich doch Abonniert mich Ehm Folgt mir auf Twitter Legg in der Videobeschreibung Ehhh Was gibt es noch was schönes zu sagen Aber Battletag ist auch nicht in der Videobeschreibung Könnt ihr mir ändern Wenn ihr wollt könnt ihr auch mal mitspielen Also mit mir spielen Ja Das war's Glaube ich Ich schau noch schnell wegen Vielleicht Ne ich glaub kein Level Up hatte ich Das letzte Mal schon oder? Ich hoffe Ja Na gut Ich hoffe es hat euch gefallen Bis zum nächsten Mal Ciao Ciao